Wachsen sagt Danke für 25 Jahre Leben, Liebe, Landenschaft. Mit Radio PSR und den Mineralquellen bei Frieden Werder. Guten Morgen, liebe Annett Wanka. Guten Morgen, Steffen Lukas. Sie sind in Merano und haben uns Post geschickt. Jawohl. Und da steht drin, dass Sie ein Heinzelmännchen kennen, was immer zuerst an andere denkt und dann erst an sich selber. Und da wollen Sie einfach mal Danke sagen. Erzählen Sie uns mal die ganze Geschichte. Also, es geht um Udo Friedrich. Aha. Der macht alle zwei Jahre ein Stadtviertelfest, auch dort seine Zeit, sein Urlaub. Alles, was über ist, spendet er dann an Kindergärten, Jugendclub, hier, dass er will die Hilfs zum Beispiel. Oder an Schulen, dann macht er einen Zaun, hat er neu gemacht. Dann entweder Hilfe für Felix hat er mit seinem kleinen Traktor, der Pferde runten und sammelt ihm halt Spendengelder für krebskranke Kinder. Und am Samstag war er wieder in Bickau mit seinem Traktor und hatte dort der Vivian, die ist auch krebskrank. Und da haben Sie sich über 2000 Leute typisieren lassen. Also, da gibt es einen, der Udo, der sich total ins Zeug legt für andere. Sie haben viele gemeinsame, gute Erlebnisse, die gar nicht möglich wären ohne das Engagement vom Udo. So einer ist das. Ja, das ist unser Urgestein, ja. Urgestein Udo Friedrich. Und bei dem wollen Sie sich bedanken. Und da helfen wir natürlich mit, zusammen mit den Mineralquellen Bad Liebenwerder. Ich hoffe, dass die neue Jacke passt, die kriegt der Udo. Das ist eine Softshell-Jacke. Ja. Dazu einen ordentlichen Haufen Getränke von Bad Liebenwerder. Alles dabei, auch die Bad Liebenwerder-Landträume. Und noch einen großen Blumenstrauß für Udo, auch noch obendrauf. Das ist schön, da freut er sich bestimmt. Dürfen Sie? Weil er ist nämlich so ein bisschen bescheiden. Ja, das liegt den Leuten, die sich so für andere einsetzen, dass sie eben später mal an sich selber denken. Ja. Aber das haben Sie ganz richtig gemacht. Sagen Sie bitte einen schönen Gruß an den Udo und er soll weiter so machen, ja? Mach ich. Lieber Annett, einen schönen Dienstag noch. Danke euch auch. Ihr seid super. Tschüss, mach mal raunen. Jo, tschüss. Machen Sie mit beim größten Dankeschön des Jahres.